Jo, was geht's, Freunde? Und ich hab grad auch ein Video gedreht. Also hat mein Vater gesagt, da gibt's jetzt nur noch so eine Schlucht, was man begehen könnte. Und man kann da sogar mit dem Seil runter. Oder man muss... Hält die in die Tasche rein. Ja, ich filme gerade. Entschuldige, Leute, aber... Mein Vater hat da gerade zwischengestritzt. Und auf jeden Fall wollte ich darüber einfach auch einen Block drehen. Einfach diesen Parkour zu zeigen. Wir haben keine Hilfe. Oh yeah. Und ein Stallkopf. Und da, ich bin überhaupt... Uh. Und das ist auf jeden Fall kein Bach. Oder doch, keine Ahnung. Ich glaub, das ist doch ein Bach. Hatte schon mal bei einem Bach so ein komisches vorgesehen. Kein... Oh. Guck, der ist so warm. Keine richtige Verbindung. Schaut das an, Leute. Oh, hier fließt auch ein Bach. Also, ihr könnt leider gerade nichts sehen. Ich kann das nicht so gut verhalten. Aber... Aber... Ähm, ich hole es in die Tasche. Oh Ich bin nicht so wie im Film runtergegangen, ich habe nur den einer festgehalten und gegen der Säule habe ich nichts mit dem anderen festgehalten. Hoffentlich wird das ja noch korrekt im Video. Puh, das sieht auch ein bisschen aus. Oh, das fällt euch ganz sicher. Werden wir an die Quelle gehen? Nein. Alter, aber das machen muss da. Den nehme ich mir, den schnappe ich mir. Yeah. Oh shit. Oh yeah, Mamo. Und ich wollte euch nur sagen, ich wollte euch zwar nicht spoilern, aber wir haben schon Quelle-Video gemacht, wo ich mit ganz äh, äh, nicht, also äh, von künstlichen Quellen haben wir schon über Video gemacht, aber da bin ich YouTuber. Ich glaube, in der Schweiz könnt ihr euch das nicht machen. Aber ist ganz geil hier bis jetzt, gell? Nein, ich hatte jetzt meine Schnauze. Dann bin ich mit dem Fahrzeug. Das ist ja gut, okay. So. Ich schaue dir kurz. Puh! Oh, das ist schwierig. Keine Ahnung, ein Korofilmaus. Oh Gott. Dunkel und das Haus nicht. Wir kochen uns schon Tiss. Also, wenn ich in der Wald, größere Bäume, die draußen nicht, und das war dunkel und dieser Fake. Und jetzt, da wird eigentlich schon fast... Joll. Die sind ja auch ein bisschen künstlich gemacht, oder? Das wird Beton, oder? Beton! So. Da sind auch die Haufensteine. Uh! Und ich wollte nur kurz einzügig, welchen Geld, falls wir an Zufall an die Krähen kommen. Dann machen wir die, die aber nur auf die... Das wird wahrscheinlich... Oh, fuck! Wie passiert hier? Ich schnapp mir diesen Stock. Halt kurz hin. So, jetzt hab ich einen schönen Wanderstock. Oh! Jetzt hab ich die Stand schuft. Oh! Ich frag mich, wie weit jetzt noch zum Back runter geht's. Man hört aber das Rauschen noch besser, aber... Ich hätte gedacht, dass der... ein bisschen weiter unten wär. Äh... Das ist nicht so ein langer Weg mehr. Äh... I don't know. Huh! Ich muss mal runter rennen. Oh, oh, oh! Oh, man! Okay, wir sind gleich da. Ich hab schon Wasser gesehen. Fuck, fuck, fuck! Ich versuch alles zu filmen. Okay, jetzt lauf ich hier lieber. Oh, das ist ja kein Weg mehr. Was ist das hier? Oh, oh, oh! Oh, shit! Oh, oh, oh! Oh! Uh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Ja, das sieht die aus. Na ja, das kann ich nicht. Ja, fließt hier einfach runter im Wasserfall und wir machen den Bach, gell. Hier lang oder da lang? Ja, da. Das sieht schön aus. In Deutschland haben wir schöne Bäche leider. Ein bisschen dreckig. Und da gibt es immer so Mini-Wasserfälle. Oh, nein. Ganz gut. Ja, aber hier ist das auch noch ein bisschen schade. Oh, jeez. Ey, was ist das? Da wird einfach drauf gelegt. Wo wir auf jeden Fall sind, wo wir das gemacht haben. Das kann ich nur mit Lamm klären. Okay. Oh. 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 Oh, sieht schön aus. Hat da halt irgendjemand rückgebracht, ne? Leider können wir das jetzt. Oh. So geht es euch an. Martin. Da ist was. Ich will jetzt zwar sagen, irgendwas, wenn das von Militär in den Schulen gucke. Aber. Das ist so. Jan, ich will jetzt aber machen, was. Und dann ist's mal, wenn ich mal mache, oder was. Und jetzt schädt manchmal. Messer. Und dafür auch. Sehr komisch. Boah. Ich kann das jetzt einmal meine besten Liebe haben. Oh. Oh. Das ist jetzt einmal meine beste Liebe. Was für mich am liebsten an? Das ist das Loch, uah, fuck. Da ist ein Mensch, gell? Das ist das Loch, uah, fuck. Die hat die gehüllt, also hier gibt es angeblich wirklich echtes Gold. Diese Bäche, ah, hier ist, außen das sind wahrscheinlich die Bäche, wo wir gesehen haben, wenn wir mit bei einem Salda waren. Ziemlich große, boah, äh, Fuß. Und wie tief das Wasser ist. Ich suche mal eine mögliche Städte aus. Ja, jetzt kommt es hier. Ein wirklich schöner Ort. Hier ist man fast ganz allein. Ach, hier fließt's. Hier fließt ja eine Bach, die Bäche davor da waren, die noch mit dem Salda waren, ja. Ich glaube, ihr versteht mich kaum. Ja, jetzt hofft so. Was passiert heute lang? Ich weiß nicht, was ich hier sieht, den Gewicht gesehen hat. Das hat er so ruhig gekommen, ich glaube, ich darf es auch ohne den Zentrum durchzukommen. Das mache ich bald. Nach dem Video mache ich das. So Leute, ich mache natürlich noch nicht Video Ende. Ich mache später einen Foto. Hier wieder ein Schwein. Ich darf nicht mal da rein. Oh, richtig. Wie sieht aus. Wie sieht aus, wie tan Sie hier? Aber ich fühle mich schon. Oh, sehr schön. Wie sieht aus, wie sieht aus? Und so einfach mal in der Zeit. Oh, jetzt ist er wieder hoch. Leute, ihr Zäunerleiter fangen Spezialeffekte an die Schlaufe, deswegen bring mir ein zweiter Teil aus und dieser Teil wird sich jetzt gleich beendet. So Leute!